so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute gibt es die color terremoto von elgato eine wunderschöne neuheit für dieses jahr beziehungsweise in letzten jahres ja rausgekommen ich muss ehrlich sagen wir hatten ja letztes jahr die normale terremoto und ich wurde noch nie so überrascht wie von dieser das ist meiner meinung nach mit abstand die laut test der salut batterie auf dem deutschen markt jetzt schon mal was die color terremoto so kann ist eigentlich dasselbe prinzip 50 schuss auf 400 gramm netto-explosivstoff masse verteilt mit ein bisschen farbstern dazwischen ja bin ganz gespannt wie die wird dann schauen wir mal und zünden das ding let's go freunde der pyrotechnik 18 uhr berlin welche eine perfekte zeit für eine terremoto jetzt zeig dir nochmal quarking go und jetzt hauen wir die an zwischen macht die zwischen die beiden und genau schön einstellen und dann ist feuer frei und dann ist feuer frei ja die war leider nicht so laut aber die war schön also fürs feeling geil guck doch gut ja 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 ja